Also von daher muss man nicht, kann man aber. Wobei, ach nee, Reserve 1 wollte ich gerade sagen, hat man am Anfang, aber dann ist es natürlich gelogen. Nee, das sind die drei einfach, die kriege ich... Ich habe das auch noch nicht ganz durchgeblickt, ey. Ja, es ist alles nicht so einfach. Aber ich meine, ist das eine Map, wo wir zusammen auf der... Ich kümmere mich um die Ressourcen oben im Norden und dann gehe ich von oben runter Richtung Rot. Gut. Ja, genau. Und ich schaue so ein bisschen, dass ich in der Mitte die Flagge kriege und vielleicht auch ein bisschen Ressourcen. Schauen wir uns den Spaß mal an. Da oben habe ich drei Eisen. Das ist schon mal gut, wenn wir die haben. Ja, Öl. Ich glaube, Eisen verbraucht man mehr, ne? Braucht man auch immer über dem Meer. Ja, wir wollen halt immer die dicken Max bauen, ne? Da brauchst du die dicken Stahlbarren. So schnell wie möglich. Das ist die Map mit dem Zug zwischen... Guck mal, kann sich die Map sogar in den Größen haben. Hm? Kann man tatsächlich. Das ist ja... Da kann man sogar erkennen, diese Kisten, die... Ne. Kisten sieht man hier nicht. Ich dachte gerade, das wäre eine Kiste da, dieses Ding. Weil das ist der Eisenwagen. So. Geht er rund. Kommandostand wird errichtet. Bitte warten. Kommandostand eingereichtete Zuteilung. Neuer Aufmarschbereich. Das hat sich die Karte irgendwie gedreht, aber wir wissen ja, in welche Richtung wir uns bewegen müssen. Ich habe gerade gemerkt. Befehle erhalten. Der Kaiser kann auf uns zählen. Ist so gut wie erledigt. Sturmtruppen bereit. Verstanden. Was unnötig dabei ist. Doch da ist ja eine direkt vor. Meldung erfolgt an neuer Position. Befehle erhalten. Sturmtruppen bereit. Verstanden. Wir sind stets bereit. Sehr gerne. So viele Ressourcen-Dinger. Ich bin total verwirrt. Hier steht ne Ölpumpe direkt vor der Haustür. Warten auf Anweisung. Dann mal los. Wir sehen eine Gegend der Allheit. Achtung. Neuer Aufmarschbereich. Naja. Es ist uns eine Ehre, alles zu bauen, was das Imperium benötigt. Der Kaiser kann auf uns zählen. Das Rückgrat Saxon ist. Diese Mir ist versiert. Was benötigt das Imperium? Sturmtruppen bereit. Wir sind stets bereit. Dann kann man als zweites sich den Spaß holen. Was benötigt das Imperium? Die müssen mal in anderen Einheiten. Ach, die laufen da einmal rum. Wir sind bereit für die Arbeit. Ach, den habe ich ja schon gesagt, was sie machen sollen. Ach, Multitasking, ne? Sturmtruppen bereit. Nutzt diese Deckung. Hier drüben sind wir gegeben verstanden. Auf dem Weg. Stehen unter feindlichem Beschuss. Etliche Feindeinheiten. Sofort. Jetzt kriege ich ihn ja weg. Eröffnet das Feuer. Der Feind versucht unsere Pumpe zu erobern. Okay. Wir arbeiten mit voller Leistung. Halt in den Kopf unten. Wir geben uns zu den neuen kurdischen Pionieren. Wir melden sich zur Arbeit. Sehr gerne. Ja. Wir haben die Kontrolle über eine Pumpe verloren. Wir haben die Kontrolle über eine Pumpe verloren. Auch über die Pumpe. Wir gehen zweit für den Kalt stehen unter feindlichem Beschuss. Der Kaiser kann auf uns zählen. Ein Gegner hier. Nehmen eine geschützte Beobachtungsposition ein. Ja. Zahlreiche Gegner. Schleif das Feuer. Wir würden um das Imperium anzuteilen. Der Kaiser hat uns zu erheben. So. Erstmal. Erstmal eine Kaserne bauen. Gebäude Upgrade abgeschlossen. Bereit für Befehle. Was ist denn hier so ein schweres Maschinengewehr? Das sieht ganz brisant aus. Warten auf Anweisung. Befehle erhalten. Feindliche Einheit ausgemacht. Hier drüben sind feindliche Einheiten. Halte den Kopf unten. Wie kann unserem GS-6 in Ihnen dienen? Dann mal los. Das gefällt mir gar nicht. Die sehen sehr bedrohlich aus. Dann haben sie irgendwelche Maschinengewehrtüten. Neuer Sammelbereich. Hm. Nein, ich gucke. Bereit für Befehle. Gibt's neue Informationen. Feindliche Einheit ausgemacht. Maschinengewehrbesatzung bereit. Feindliche Einheit ausgemacht. Wie die da nebenher watschen. Weiter feuern. Wir sind bereit. Wählt eure Ziele. Wir suchen. Wir werden angegriffen. Zeigt keine Gnade. Mehrere Feinde ausgemacht. Schweres MG hier. Wir müssen die denn da näher ran. Junge, schießt doch einfach. Wohin gehen die denn? Wohin gehen die mit dem Maschinengewehr hier unten? Müssen die den Lauf durchs Fenster reinhalten oder was ist los? Wie geht's weiter für den Kaiser? Der Feind greift uns ab. Oh, das ist nicht gut. Sturmtruppen bereit. Egal, wir gehen jetzt mit Masse statt Klasse durch. Sie schießen auf uns. Sind unterwegs. Erwarten ihre Befehle. Weiter feuern. Arretiert das MG. Die müssen sich jetzt mal vor dem Flieger hinstellen. Pioniere sind unterwegs. Was ist mein Ziel? Wir werden beschussen. Ja, ja, ist ja gut. MG bereit. So jetzt. Dieses schwere MG, was ich hier hab. Okay. Wohin. Wieso kommen die denn da nicht voran? Wir mussten weg. Wir können da hinten verrecken. Es ist ein Ziel. Eine unserer Prophe ist gefallen. Feierabend nötigt. Wer rekt? Sehen wir doch mal, wie gut es gebaut ist. Unterwegs. Die Pumpe läuft ein Wörter. Das Rückgrat Sachsamauer folgt. Ich hab ganz vergessen, hier Sachen aufzudöseln. So. Nein, ich kann jetzt endlich Panzer bauen. Ja, dann will ich auch gleich. Ich komm nämlich nicht gegen diesen Mech hier an. Pioniere bereit für die Arbeit. Ach, die schießen so. Die schießen die komplette Bude einfach kaputt. Na geil, das Building Upgrade war gerade noch komplett. Wir haben das Upgrade abgeschlossen. Dann haben wir das Upgrade. Ich glaube, es wird auch so. Abgeschlossen. Ein Gegner, da drüben. Es geht einfach nur darum, das so weit wie möglich zu halten. Auf in den Kopf. Der Kaiser kann auf uns zählen. Werkstatt. So. Ach, nicht so wirklich. Ja, die Infanterie muss jetzt leider draufgehen. Ich krieg aber die Flagge in der Mitte nicht. Schau mal, ich würde... Mein Gott, die überrennen uns komplett, habe ich das Gefühl. Ich muss mal schauen, ob die da noch irgendwie klarkommen. Jetzt brauche ich aber auch nur noch die gleichen Einheiten. Oh Gott, das ist wieder Masse statt Klasse. Ich bin beschäftigt. Können wir schauen, ob wir hier oben irgendwie durchkommen. Ich bin beschäftigt, was gibt's? Das schießt nicht auf mich. Ich halt. Okay, so weit, so gut. Ja, ich komme da gerade auch nicht durch. Ja, sehr gut. Ich hoffe, dass die jetzt mal ein bisschen was erkunden können. Äh, erobern können. Ja, okay, jetzt bauen wir langsam die dicken Kanonen auf. Ach, da standen die die ganze Zeit. Wer ist ein Veteranenrang? Wir brauchen mehr von den Jungs. gotta beenden Oh, der will in der Mitte die Flagge holen, mit einem Typen. Den müssen wir holen. Aber ich schicke da mal eine Einheit drüber. Ich glaube, das braucht nur ein bisschen. Ach, guck mal, er ist schneller. Der ist einen Schritt schneller. Ah, hier, dieses Wotanvieh oder was auch immer. Komm, geh mal einen Schritt schneller, mein Mech. Schritt schneller. Ah, fuck, da sind noch welche. Ah, scheiße. Okay, mit dem noch da hoch. Oh. Einfach nur weiter den Kram holen. Bereits für Missionszuteilung. Neuer Aufmarschbereich. Wir sind stets bereit. Schreiter bereit. Bereit, die niemand verhörtert. Wir müssen der Einheit verloren. Oh nein. Der muss weg. Nein, wenn ich da jetzt hingehe, dann... Wir müssen die Ölpumpe und die Fahnen in der Mitte anbauen. Bauen eine kleine Armee auf. Ja, ich versuche gerade irgendwie... ... ihn an der Seite zu bekommen. In der Mitte ist halt noch der Stuff. Ja. Er holt sich halt in der Mitte die Flagge, das ist aber okay. Der kommt hier hinten rechts. Wo werde ich gebraucht? Bestätige. Erwartet nicht wenige Beschlüsse. Für Befehle. Wir machen uns auf den Wienbad bald Feuer. Bereits. In Bewegung. Ähm. Ähm. Wir können momentan keine weiteren Truppen versorgen. Weiter Sammelbereich. Frieden wird beschwischen. Pioniere bereit für die Arbeit. Pioniere bereit für die Arbeit. Erwartet Befehle. Umbeläuft einwandfrei. Neue Befehle. So, jetzt irgendwie da den Spass wegholen. Oho. Oh, es geht so. Komm, wir gerade... ... einiges... ... auf den Sack. Ich sollte noch mal... ... ein Easy Grimm bauen. Ich greife mal gleich hier in der Mitte an. Ja. Scheiße, ich habe auch total vergessen, meine Werkstatt aufzumödeln. ... das ist natürlich auch schön blöd gewesen. War das so gesagt? Ich versuche jetzt in der Mitte... ... ähm... ... gleich... Ach so, ja. Alles klar. ... und ich habe mir überlegt, ich greife einfach von zwei Seiten an. Ja, ich stelle mich da jetzt auch schon mal rüber. Eventuell komme ich da schon ran. Beziehungsweise ich hole mir die Ölpumpe einfach. Ne, ich hole mir auch da... ... Iron Mine hier. ... der Feind versucht strategisches... ... ja, der wird mich jetzt halt oben... ... oben in dem Bereich... ... angreifen. Ne, den brauche ich nicht. ... ... ... ... ... So, das Luftschiff ist halt auch schon auf dem Weg. Also beim Gegner. Nein, komm weg, glaube ich nicht. Kommt, holt euch das mal. Alles klar. Ich schicke jetzt mal die... ... Truppe, die ich eh noch da hatte, los, um... ... um das einzunehmen. Der kommt jetzt nämlich... ... ... ... Ja, alles gut, alles gut. Ich komme jetzt auch rüber. Der hat diese dicken Typen, die der da hat. Die sind krass. Diese Wotan. Ja, ja, ja. Fuck, der wird da jetzt nicht mehr. ... ... Nochmal diesen... ... ... ... fortschrittliche saxonische erfindung die aus der entfernung eigenständige sprengsätze auf ihr ziel schießen kann ok klingt klingel auf dem papier nach was gut dreht sich die ganze zeit auf der karte ich muss den jetzt einfach mal ausprobieren ich weiß nicht wie das ding hier funktioniert ich weiß nicht wie das ding funktioniert das ich hier habe das kleine explosions-moppet nach vorne das ist interessant ja ok wird aber auch easy auseinander genommen macht selber nicht begrüßen ja genau alter was hier jetzt in der mitte in diesem punkt wir haben einiges ausgemacht aua er schießt aber schießt er nicht einfach was macht er denn nein ich habe ihn in den tod geschickt ich habe auch keine ressourcen mehr wir sind schwerfällig die brunnhilde versuche irgendwie zu deiner basis zu kommen und dir zu helfen aber ich sehe da gerade nicht das gefühl dass wir das noch drehen können der zweite botan ist auch nicht gut alter wieso kriegt ihr denn so dick schaden was sind das hier für einer was sie für den schaden machen die nehmen die brunnhilde komplett auseinander einige scheiße ja ich glaube das können wir aufgeben oder wie siehst du das hast du noch irgendwo ein ass im ärmel ob du noch ein ass im ärmel hast weil ich habe das gefühl das können wir aufgeben ich hoffe denen jetzt irgendwie mal ein bisschen ja ich also ich also bei mir ist das lager die sind jetzt im lager ich bin komplett im arsch ich befürchte ja ich glaube das können wir ja ich gebe nicht gerne auf aber ich glaube da können wir nichts mehr machen oh nein kannst ja noch warten bis dein erlkönig da ist um ihn dir anzuschauen habe ich wieder schießt schon auf die anderen ach so ja dann ja die kommen jetzt aber auch durch mein lager bei mir nehmen die hier auch gerade alles auseinander ich gebe mal aufgeben in auftrag eine abstimmung über eine kapitulation ja mach ruhig doch was kaputt wir haben es verdient wir werden weiter für den kaiser kämpfen wir werden weiter für den kaiser kämpfen mehrere feinde ausgemacht mehrere feinde ausgemacht sagen sie einfach was sie brauchen die sind so gut wie tot also ich würde nochmal auf aufgeben drückende du bist es richtig okay dann ziehen wir es auch durch wobei die brauchen halt noch das dauert dann halt ewig lange maximal schaden beim feind an anrichten oh nein komm schon da baust du noch kann hier noch ich habe gleich noch einen kleinen panzer alles alles es geht hier ich glaube gewinnen können wir das nicht mehr ja nein kürtet ihn ja tja ah der gute grimmbart ah er hat sein sie wiegen sich in sicherheit komm ja alles was wir haben ich kann noch ein battalion ingenierer ist auf dem weg den nehme ich noch mit und die truppen hier auch noch es waren mal vier ja krass eieieiei ja jetzt sind es nur noch vier punkte die sie holen müssen puh mein lieber scholli ey war knapp war knapp war richtig knapp also eigentlich zwischendurch schon am ende war es dann offensichtlich das ist nur noch